Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, Space Endcuts oder Xbox Live, um mich zu unterstützen bei IGFULG. Korrekte Sache, danke dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was gern meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Pack Opening und heute zum Team of the Season der Serie A. Und Freunde, jetzt mal ungelogen, was sind das bitte für Spieler? Die sind doch nicht mehr normal. Irgendwie über 6, 7 Spieler mit 99 Tempo. Mertin, Sigurhin, Nainggolan, alles über 90. Die allererste Karte, 94 Rating, weil wir den ziehen sollten. Keine Ahnung, was wir dann machen. Ich weiß gar nicht, wie teuer der Typ ist. Der muss ja, ja, Millionen von Coins kosten. Deswegen, wir werden einfach mal schauen. Dybala und so weiter. Gomez, Alejandro Gomez auch richtig krass. Dann Chilini, Donnarumabufon und so weiter. Richtig freshe Spieler. Und keine Ahnung, ob wir hier irgendwen davon ziehen werden. Ich denke, wir werden auf jeden Fall viel ausgeben. Und ich denke, irgendwann kann man schon mal sowas erwarten, auch bis heute der Fall sein wird. Wir werden es sehen. Lasst eine Bewertung da für mehr Pack Openings. Checkt mein gestriges ab, wo wir einen 95er La Liga Tots gezogen haben. Einfach nur empfehlenswert, das nochmal anzugucken, wer es verpasst hat. Und jetzt kann ich nicht mehr viel sagen. Ja, viel Spaß mit den Packs. Lightning Rounds gehen gleich los und auf geht's. So, und jetzt öffnen wir die ersten Packs. Der erste Lightning Round und es sind nur noch 132 zur Verfügung. Das heißt, wir müssen uns richtig beeilen. Und ich hoffe einfach mal, wir werden gleich jetzt hier vielleicht sogar noch am Anfang einen geilen Serie A Team of the Season ziehen. Das wäre so unglaublich, wenn wir Naingolanda oder sowas packen würden. Aber gut, wir schauen einfach mal. Ich glaube, jeder Serie A Spieler ist ein Walkout. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Packs gehen schon etwas schneller runter. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass gleich die 100k Packs released werden. Wir gucken einfach mal. 3.50k Pack, wieder dicke Schnuppe. 85er Keller. Na, was stellt euch mal vor, wie wir ziehen jetzt irgendwie Ronaldo oder Messi oder so? Es wäre natürlich mal wieder lächerlich. Aber gut, 73 Packs noch. Kommt schon ein Walkout noch? Doch, zum Schluss. Nein, erstmal wieder eine dicke Schnuppe. Und es wird von Real Madrid, Rafael Varane. So, ich glaube, ich munkel jetzt mal ein, zwei Packs könnten wir jetzt noch ziehen. Und dann müssen wir auf die nächste Lightning warten. Aber gut, ja doch, 73 sind immer noch am Start. Und jetzt kommt ein Walkout. Okay, Freunde, zum Abschluss der 50k Packs. Bitte einen blauen, nein. Es wird ein normaler und es wird Portugal. Und es wird Pepe. Das habe ich schon an der Schnuppe gesehen. Von Real. Alter, wie viele Real Madrid-Spieler haben wir jetzt bitte eben gerade gezogen? Also, ein Walkout haben wir schon mal. Leider kein Serie A. Team of the Season. Und ich glaube, jetzt sind die Packs weg. Deswegen können wir mal gucken, wie viel Pepe wert ist. Ja, 30.000. So, packen wir auf die Transferliste. Den Rest nehmen wir auf jeden Fall mit, damit wir noch ein paar SBC-Packs machen können. Oh, wir können sogar noch eins öffnen. Und es kommt schon wieder ein Walkout. Okay, es kommt schon wieder, Freunde, bitte blau. Und es wird, ey, es ist so lächerlich. Es kommt keiner. Es ist Deutschland, glaube ich. Özil, Rechtsverteidiger Bayern. Philipp Lahm. Ja, immerhin zwei Walkouts hintereinander. Kann man, kann man das eigentlich, warte mal. Kann man das eigentlich garantieren? Dass immer hintereinander Walkouts kommen. Ich weiß es nicht. Philipp Lahm ist ordentlich, aber gibt natürlich bessere Sachen. Ich glaube, der kostet auch nur noch 20.000 maximal. Ich weiß auch nicht, wer mit Philipp Lahm ehrlich gesagt spielt. Aber, ja. Der ist auf jeden Fall jetzt hier am Start. Ich glaube, das war es aber jetzt mit den ersten Lightning Rounds. Ein bisschen verspätet habe ich die geöffnet. Aber ist egal, denn ich setze meine Prioritäten sowieso auf die 100k-Sets. Und deswegen bin ich gespannt, wie es gleich weitergeht. Vielleicht mit Nangolan oder Dybala. Wir werden das sehen. Alles klar. Neue Lightning Rounds. Neues Glück. Und jetzt will ich was Blaues sehen. 100k-Packs sind released, Freunde. Und jetzt hier im ersten Pack. Schon ein Walkout. Das wäre, ja, natürlich das Beste, was man haben könnte. Aber es wird Christian Eriksen. 85er, ja, ist schon mal ein guter Anfang für die 100k-Sets. Wir nehmen alle mit. Kavachai, denn ich habe mir überlegt, nach dieser Lightning Rounds auf jeden Fall noch SPC-Packs zu machen. Da kann ja auch der ein oder andere heftige Walkout drin sein. Oder jetzt kommt noch einer. Jetzt kommt bitte ein Blauer. Und es wird ein Blauer-Team. Team of the Season Serie A Argentinien. Die Baller. Es wird die Baller oder... Oh mein Gott. Es wird Paulo und die Baller. Es wird Paulo und die Baller. Oh, das ist meine Fernbedienung. Oh mein Gott. Wir ziehen den Besten. Wir ziehen den Besten aus dem fucking Serie A Team of the Season. Ey. Es hätte nur Higuain oder die Baller sein können. Oh mein Gott. Was? Woff. Im zweiten 100k-Pack. Nach nur zwei Packs. Paulo und die Baller. Ach du Scheiße. Guckt einfach diese Skirts an. 97 Tempo, 99 Dreaming, 98 Schuss, 97 passen. Digger. Ich habe mich gerade wirklich gewundert, dass der wirklich... die Baller rauskommt. Ungelogen. Es hätte Fazio sein können wegen Argentinien. Aber nein. Es kommt der Striker. Es kommt Paulo und die Baller, der eine 3-Millionen-Price-Range hat. Und ich bin mir sicher, es gibt maximal einen auf dem Markt. Okay. Es gibt keinen. Wir sind die einzigen mit Paulo und die Baller. Und den haben wir einfach direkt gepackt. Ich drehe durch. Was sollen wir jetzt noch ziehen? Außer einen Golan. Okay. Einen Golan könnte man ehrlich noch ziehen. Aber Paulo und die Baller? Da kann man auf jeden Fall einen Squad-Bilder-Showdown machen. Ich weiß nicht. Also, First-Owner, die Baller. Ja. Den nehme ich gerne mit. Den zeige ich euch gleich natürlich nochmal im Team. Falls ihr mir nicht glaubt. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viel öffnen. Denn das war eigentlich schon das Beste, was man hier ziehen kann. Und jetzt kommt noch ein Walkout. Ich drehe durch. Was ist das für ein Packluck? Und es wird ein 90+. Es wird ein 90+. Spanien. Das kann nur Derea oder Ramos sein. Oder es ist Fadi Alba. Ach du Scheiße. Fadi Alba mit einem Inform wahrscheinlich. Oder wird da jetzt ein Team of the Season drin sein? Keine Ahnung. Nein. Okay. Sandro. Ja, okay. Wenn man sogar Fußball-Gott Sandro Wagner zieht. Dann kann man jetzt hier nur auf diesem Video eine Bewertung da lassen. Paulo. Die fucking Baller. Oh mein Gott. Wir ziehen den ersten Serie A Team of the Season. Und damit gleich den Besten. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es selber nicht gedacht. Und jetzt haben wir hier Rami Alba. Walkout genau hintereinander. Ich glaube, wir nehmen jetzt noch 5 Packs mit. Obwohl. Ja doch. 5 Live-Packs. Und dann schauen wir einfach mal. Es kommt schon wieder ein Walkout. Alles klar, Freunde. Alles klar. 2 Blaue. Was? 2 Team of the Season Italien. Bitte Chilini. Es wird Stürmer. Oh mein Gott. Giro Immobile. 93. 13. Zürger. Was ist das? Durchgehend Lack. Und da ist noch einer drin. 93 Immobile mit. Oh mein Gott. Wer wird das noch sein? Freunde, Freunde, Freunde. 93 Rated Immobile mit Devri. Okay. Nicht der Beste. Aber 2 Team of the Season sind in einem Pack. Ey. Was sind das gerade für 100 K-Sets? Freunde. Könnt ihr mir das erklären? Ich verstehe es gerade selber nicht. Was ist das? Was ist das? Okay. 2 oder... Ne. 3 Walkouts hintereinander. Die Alba war ja auch noch am Start. Immobile kostet 500.000. Weil er hat auch einfach die Stats des Todes. 92 Tempo. 97 Schuss. 93 Physis. 96 passen. Devri. Den Jokain. Aber wir nehmen trotzdem alles mit. Nice. Da kann ich euch gleich auf jeden Fall... Oh, warte mal. Glick und Smalling nicht abstoßen. Kann ich euch gleich mal meine Ausbeute zeigen. Ja, das ist natürlich ein Start nach Maß. Okay. Jetzt ist es natürlich logisch, dass kein Walkout kommt. Ich meine viermal hintereinander. Das wäre dann natürlich auch zu viel verlangt. Obwohl Warnega vielleicht auch ein Walkout hätte sein können. Ich weiß es nicht. Gestern Grießmann. Heute fucking Dybala. Wie soll unser Packlack denn weitergehen? Es ist ja eigentlich schon fast unschlagbar. Klar, man könnte jetzt noch Nangolan und so ziehen. Also Nangolan jetzt vielleicht? Es wird wieder ein Walkout. Alles klar. Ja, okay. Blau. Nein. Gut, das wäre natürlich jetzt auch... Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Es war Brasilien. Linker Flügel. Nein. Okay, Marcelo. Wenn es jetzt fucking Neymar gewesen wäre, dann hätte ich hier komplett alles zerschlagen. Aber ihr seht es schon selber. Ich komme gerade gar nicht drauf. Klar, diese Walkouts. Die jucken einfach nicht mehr. Weil es kommen nur Walkouts. Und das ist einfach gar keine Überraschung mehr. Deswegen richtig crazy. Ansonsten musst du einfach schwitzen auf ein Walkout. Und jetzt kommen die hier einfach, als wäre es irgendwie eine 280-Rate-Card. Ich sag's euch. Hä? Was ist denn das? Schon wieder. Schon wieder ein Walkout. Oh mein Gott. Und es wird Argentinien. Und es kann nur Di Maria sein. Ich dachte, es wird jetzt Messi. Ey, wäre das jetzt Messi geworden. Aber das hat man an der Schnuppe gesehen. Pepe Di Maria. Auf jeden Fall die Troids für die LaLiga-Packs. Mit Harry Kane. Ja, wie viel Diwako ist das jetzt momentan? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Freunde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Packs wir jetzt hier noch ziehen wollen. Ähm, ungelogen. Keine Ahnung. Wer hätte das denn gedacht, Freunde? Paul und Di Maria. Ey, die müssen wir uns gleich nochmal angucken. Wir nehmen jetzt 300 K-Packs noch mit. Obwohl, wir nehmen noch ein, oh, ein Inform-Pack. Äh, Jovetic von Sevilla. Wir nehmen, glaube ich, jetzt so viele Packs mit, bis noch ein Walkout kommt. Okay? Das machen wir, weil die Walkouts kommen sowieso eigentlich, ähm, so oft es geht heute. Deswegen, keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall ziehen, bis ein Walkout jetzt noch kommt. Zum Abschluss. Okay, das können wir jetzt hier überspringen. Das ist das erste schlechte Pack seit Jahren. Oh mein Gott, ich wollte diese... Warum nehme ich die Spieler nicht mit für die SBC-Packs? Ich habe keine Ahnung. Komm schon, Walkout. So, jetzt, äh, jetzt machen die ernst. Jetzt lassen die auf sich warten. Aber es wird, es wird Basali. Es wird Andrea Basali. Bonucci hat kein Team of the Season. Vielleicht kann man den im Turnier gewinnen. Aber ungelogen, ich habe keine Ahnung, warum Bonucci kein Tots hat. Könnt ihr das mal reinschreiben? Was denkt ihr, ähm, ob der jetzt noch im Turnier kommt oder nicht? Keine Ahnung. Ich labere heute auch nur komplette Scheiße, weil die Spieler einfach nur krass sind. Und jetzt kommt wieder kein Walkout. Gut, wie lange sollen wir jetzt warten? Die machen es auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen spannender. Und ich habe schon wieder abgestoßen, obwohl ich die eigentlich nicht mitnehmen wollte. Ja, ich bin durch. Aber es ist egal. Denn jetzt kommt ein Walkout. Und jetzt will ich nochmal ein Team of the Season sehen. Und es wird einer. Und es wird Argentinien. Bitte nochmal stürmen. Nein. Okay, das ist Sinnbild zu diesem Pack, ja, von Dybala. Es ist Fazio eine Katastrophe der Argentinier, der schlechteste. Und genau dieses Pack habe ich eben bei Dybala erwartet. Und deswegen war das wahrscheinlich auch die Crack-Reaktion des Jahrhunderts. Aber gut, Fazio mit Paillette noch im Pack. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Wir nehmen ihn natürlich mit. Ich zeige euch das jetzt hier im Verein natürlich. Unseren Usman Musman dürfen wir natürlich auch nicht abstoßen. In unserem Verein. Unser, ja, Juwel. Paolo Dybala im 100k. Wie viele Walkouts wir gezogen haben, das werden wir gleich sehen. Denn ich gehe jetzt mal auf Spieler. Und da sehen wir es. Und da sehen wir Paolo Dybala gleich als besten Mann hier. Ach du Scheiße. Also, wenn damit kein Squad-Bilder-Showdown kommt, dann weiß ich auch nicht. Nein, könnt ihr auf jeden Fall 100% sicher sein. Den gibt es einfach nicht. Wir haben ihn einfach als einzigen. Okay, bestimmt, ja, der, der ihn zieht, der wird ihn jetzt auch nicht verkaufen. Weil ich verkaufe ihn auch nicht. Aber dann noch Immobile. Divri, Fazio und ich meine, wir haben auch noch Fußball-Gott Sandro Wagner. Also da müssen auf jeden Fall die Hashtags rausgeballert werden. Hashtag Dybala, Hashtag Dybala SPC. Wenn ihr es sehen möchtet. Für Stoner, ich zeige es euch hier nochmal. Und so kann man das Video nur abschließen, Freunde. Was für ein Start der Serie A-Pack-Openings. Gleich mit den Besten gezogen. Ich drehe durch. Freunde, Günseln, Koisby, Sankers, Rags-Off-Points in der Beschreibung. Ich kann nicht mehr reden. Das war's. Macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.